Willkommen zurück zum nächsten URF-Game und ja, ich spiel wieder ein Custom-Game mit Chris und mit Meule. Ich hab's sogar mal geschafft, hier Rise zu nehmen, den OP-Champ No.1, der gebannt ist im normalen URF-Mode. Und ja, mal gucken, ich werd mit Chris auch anerlegen. Lass uns tanzen! Oh, lass mich doch tanzen! Du Try-Harder! Geh den einfach. Try-Hard! Ich wollte nur tanzen. Ja, ja. Alter, wer stellt sich immer einen Weg, Digga, die weg. Coole Mütze hasse, Chris. Ach, keiner. Der Gozo ist das. Er kackt wieder, weil ich gegen Weiss spiel. Ari fände ich, glaub ich, auch nicht. Wer ist denn hier Bot? Nunu? Oh, das tut mir leid, Nunu. Das wird kein Spaß für dich, das weiß ich nicht. Wir haben gar keinen Vogue, ne? Ja, ihr habt gar nichts. Oh, ihr habt Chaco. Ach so, Chaco ist auch richtig strong in dem Mode. Na, Level 6. Wenn wir Level 6 sind, haben wir ne Chance. Man muss dir nur irgendwann wieder sagen. Wenn ich Level 6 bin, hab ich meine Ulti permanent an. Ha, ist echt so. Bryce, Alter. 0,7 Sekunden auf dem Q. Ey, ich mach die ganze Zeit nur Q. Ja, ja, und es wird dir zurückgesetzt, wenn du es einsetzt, also du kannst einfach... Die ganze Zeit Q, hä, Mann. Du kannst einfach deine Tastatur nehmen und sich in eins Gesicht haben. Du brauchst einfach QW die ganze Zeit drauf und dann hast du permanent alles. Ja, ist echt so. Das... Du belong in einem Museum. Du belong in einem Museum. Hm. Let's give it a try. Was ist das eigentlich für ein Typ? Sind hier auch Randoms drin? Ja, ne? Nein. Und meine Abos. Deine Abos. Ehrlich? Hey, ich jetzt. Warte. Jetzt will ich dich echt verarschen. Warte los. Alter, wie glaub ich mir der Towershot gezogen. Dann kriegst du nicht Spellwaren mit Rhyster und Ulti, ja, ne? Ja, ja. Kauf dir mal das Spellwaren-Buch, dann bist du unthütbar. Unthütbar. Okay. So, wie sah das? Ach du Scheiße, dass das mich hindert. Ich weiß nicht, warum Rhyster gebannt ist. Wobei, ich finde echt noch nicht mal so schlimm im Early-Game, aber wahrscheinlich im Late-Dun. Äh, ne, auf Level 6. Ich weiß nicht, also da gibt Hacker-Wimp, finde ich um einiges schlimmer irgendwie. Ich finde so einer schlimmer. Aber glaub mir, ich hab mal Hacker-Wimp gespülen, die Gegner hat einen Rhyster. Ähm. Was nicht, du hast nicht ihn auch in der Chance. Ne, da ist der Typ-Born-Typer. Nein, ich bin gestorben! Got you, got you! OP. Da, 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 da. Let's stay forever. Chris, bo-piss. Ehrlich jetzt! Ehrlich! Ja, hier, da kommt noch ein Kollege. Oh Gott! Minions, too strong! Ich hämmer einfach meine Knöppe! Meine Knöppe! Rioting maxed. Kucku! Kucku! RTP bringt's nicht. Oh no. Ah, da konnte ich meine Tasten nicht zu schnell penetrieren. Tarek, wieso bist du eigentlich so nooby? Das war nicht. Du musstest schneller penetrieren. Ja, ich muss mehr rein penetrieren, dann geht das. Ah, jetzt weiß ich. Warum. Chris! Die! Ich hatte das eh wieder auf. Du noob. Ich hab da shotgun gold bekommen. Yey. Alter, kann der mal die Fresse haben? Rice, hier kommt der Rice. Tarek, ich hab kein Telefon. Boah, wenn ich einmal nicht rankommen würde, komm ich aber nicht. Penetriere die Tasten bis zum Geh nicht mehr. Das ist so retarded. Oh Gott, Alter, diese Tastatur, die fliegt hier aus allen Löchern. Aber ich hab vorhin auch nur Outplayed. Weil ich, keine Ahnung, wir waren bei den Dates. Let's, let's start the ultimate. Ah, die Geh... Ja, nice, Alter. Peric, wir müssen das wieder carryen, wir haben alle Kins. Penetriere all day, die Tastatur. Oh nein, Meule will mich killen, aber das lass ich nicht zu. Meule, stirb doch einfach mal. Ich stirb gleich schon, keine Angst. That's right. Was sollen wir da machen? Wir haben alle Kills. Ja, alle Kills aus dem Team. Was macht denn unser Raid, wieso es fail? Stirb! Ja, Chris, wir haben ihn geraped. Brauche ich, ich brauche irgendwas mit Mana, ne? Mana OP, oder? Mana OP? Ja, doch, um Damage zu machen. Habst du die Elite spielen, oder? Hab ich doch schon. Hä? Ja, aber wieso? Warum nicht? Stimmt, ich mach ja nur Spells, ne? Egal, da ist Mana drauf. Du, bist du im totalen Troll-Mode? Ja, siehst du doch, selbst damit kann man noch gewinnen. Selbst mit dem totalen Troll-Mode. Selbst mit dem totalen Troll-Mode. Leckt auch die Träne schneller? Ja, natürlich. Boah, ey, ehrlich? Ja, ehrlich. Man, nicht ein Hau... Guck dir das, Alter. Warum unsere Topline gewinnt immer, aber die pushten nie durch. Ja, das ist genau wie vorhin, ey. Ja, genau selbe. So, ihr pusht durch. Ich bin noch nicht mal Level 6, ey. What? Ja, hättest du die Ult getroffen, wär ich ja mal Instant-Tot gewesen. Ja, klar, boah. Träne OP! Let's go, let's go! Was macht denn der Nunu? Stirb! Nunu! Zerrecke! Oh Gott! Lässt du dich noch hin? Ich konnte nicht mal was machen, ey. War schon Instant-Sound. Ich will die Ziele putzen. An enemy is dominant. Haha, Chris, Alter! Oh Gott, ey, der Chris! Ich brauch nur mein Level 6, aber das hab ich nicht. Der Chris-er! Ja! Genau! The Bindings OP! Wir machen das einfach alleine fertig, Peric. Let's finish this shit, Boat Lane! Oh oh! Verrecke! Ich hab nicht schnell genug geskillt! Ich hab nicht schnell genug geskillt! Fuck! Was macht denn der Nunu? Blaze! Oh! Oh! Mana OP! Ich hab nicht LCS! Boah! Oh! Das war aber close, ey! Zwei! Heut! Man, ich hab nicht. Hätte ich schneller geskillt, hätte ich dich. Nur wenn man cool ist, bleibt man da stehen, ja! Oh, wie cool, Boat's! Grumby-Wan dich jetzt. Jetzt war es der Tod, aber. Weil niemand kommt, Bot, ne? Teil zum Sterben! Einfach nur die Tastatur penetriert. Klotsch den natürlich weg, obwohl der eigentlich das bessere Bild hat. Ja, weil ich einfach OP bin, Chris. Das ist der Problem. Ich würde sagen, sowas dürfen wir nicht noch mal spielen. Oh, komm, komm, unter 10 Minuten, unter 10 Minuten. Unter 10 Minuten OP! OP, OP-Mount! Nein! Kill ihn! Nein! Ich bin gestorben, du hast mich nicht gerettet! Du Noob! Mach unter 10 Minuten! Nein! Nein, Chris! Du enttäuscht mich! Mach! Ich bin gestorben! Ich bin gestorben! Mach! 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 Die Zeit zu sterben! Dieser Mongo-Champ, echt ey! Zeit zu sterben! Stirb! Alter ey! Rise ist ja voll retarded! Oh Gott! Retard-Mode auf!